So Leute, ich habe einen Chinesen, ein bisschen reißen Hähnchen, ein bisschen Shake, ein paar Minosäuren und dann geht's ins Training. Ein bisschen Schultern, was trainierst du? Hoch und Arme. Wir schalten gleich noch ein bisschen rein. Aber es ist kein Problem, weil du es nicht zuhörst, dass du durchsichtigst. Es ist wahr, Baby, lasst die Lichter durchsichtig. Wenn du glaubst, es ist wahr, Baby, lasst die Lichter durchsichtig. Für dich, für dich, für dich, für dich. So Leute, der Trainer zieht sich gerade um. Der Rücken wird trainiert. Jetzt geht's ab, ja. Button Pump. Bis später. Bis später. Bis später. Bis später. massacre. �� Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.